Hallo Leute, willkommen zu Folge 15 und jetzt... Wir sind nicht Goth? Wo sind deine Zigaretten? Schau mal! Okay, wir brauchen Zigaretten. Okay, Zigaretten, Klamotten... Ja, naja, und ich weiß noch, er will den Kaffee. Okay, mach mal. Kein Problem. Wie viel Kohle haben wir eigentlich gerade? Wir müssen ja brutal reich sein... 206,87 Dollar... Geile... Beziehungsstatus Single, aha... Na gut, ich meine mit 6 Jahren oder wie alt ich bin, da bin ich halt noch Single... Da-da-di-da-di... Okay, wo gehen wir als erstes hin? Wir gehen als erstes... Hm... Ich würde vorschlagen, wir hauen mal den Elfner auf den Sack hier... Und dann gehts weiter... Ey, Reflektionshaltung geht mir überhaupt nicht... So... Passt, die haben wir sauber niedergemacht, das war gut... Jetzt gibts erstmal hier einen... ...Gesundheitstrank klein... Und jetzt kommt selbstverständlich die pelzigen Freunde, okay... Ratet... ...gut... 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 Super. Nein, 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 damit kann man da auch nichts machen. Na gut, ich probiere mal, ob man damit die Reflexionshaltung... ...machen kann. Ja, er hat Herpes bekommen. Sehr geil. Jetzt. Ah, eigentlich kann ich nichts essen. Oh je, dann sieht es schlecht aus. Auf jeden Fall, diese Reflexionshaltung macht mich echt fertig. Hm. Das ist ja... Gut. Gott sei Dank erledigt. Ey. Was ein Scheiß. So, okay. Jetzt Sittler. Ne, wir gehen da hoch jetzt. Wir gehen mal zum Chinesen. Wir gehen mal zum Chinesen. Hä? Schlüssel zum Friedensturm. Hm, hm, hm. Dann gehen wir mal... ...in den City-Wog. Oh je, oh je. Hehe. Gott damn, Mongolians. Hey, no fighting in here! Hey, no fighting in here! Okay. Okay. Ein Freund der Elgur. Oh je. Hallo, willkommen zum Chinesen. Take an order, bitte. Hehe. Die einzige Sache, die wir heute sind, ist Mongolian Beef. Mongolian Beef ist so gut. Oh, ich liebe es. Oh, hallo, Mongolian! Hehe. Hehehehe. Shh! Mongolians are watching. They conquered mich letzte Woche. Act natural. Oh ja, Mongolian Beef. So tasty, right? Wow. Hm. Hm. It's not tasty. Oh! It gross! Don't eat it! You eat a Mongolian Beef, you shit your pants for five days! Hurra, Mongolian! She's so sick. Please, you gotta help me out. The Mongolians all live like rats in the Tower of a Peace next door. I'll keep the adults occupied here. You go top of tower and beat up all their kids. Beat up all the Mongolian kids. The Mongolian think this neighborhood is not a safe place. They move away. Hey! Go, go! Beat up the little Mongolian kids! Oh! Hurra, Mongolian! Mongolian Beef smell like a rhino ritchies. Okay, okay. Was hat der? Okay. Schlüssel zum Friedenstorm. Ah! 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 Entschuldigung. So. Hey, was ist los mit dem, ey? Hey! Das ist... Oh, ey! Teile diese Nachricht! Warum antwortest du nicht? Hörst du mich? Antworte bitte, bitte! Send Skandal! Ey, ey! Boah! Das spammt alles zu! Penner! Es ist schon eine neue Nachricht von Elgor?! Und da war schon schlecht! Oh! Du willst etwas von diesem? Nee, 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 will eigentlich gar nichts. Wir gehen jetzt hier hoch. Okay, zum Friedensturm. Oh je. Na dann, Wäudel. Viel Spaß. Kleine Scheiße. Wir werden dich strahlen, Herr Hick! Joy! Gut, sauber. Machen wir gleich mal hier. Professor Karras ist gut. Oh, was ist das? Na ja, okay. Okay, war jetzt nicht ganz so überragend. Okay, und drehen, drehen, drehen. Hääääh. Bäh. I hope we didn't hurt you too bad. Haha, sauber. Die haben wir schön mischt. Jawoll. Ja, warte. Ja, warte. Was schreibt Elgur schon wieder? Ey. Okay, ich glaube, ich habe hier alles. Halt. Nee, da komme ich nicht dran an die. Oder? Gut. Gut. Oh je. Oh je. Hahaha. Sehr gut. Sehr geil. Ich bin ja, komm Ich bin ja, komm Zauber! Jetzt gibt es einen hier mit dem Stäbchen. Warte, wenn das nicht einfacher war. Schlüssel zum mongolen Schatze. Wo gibt es denn? Egal. Auf jeden Fall, dieser ganze Turm hier ist schwandvoll mit so Feuerwerkszeug. Oh je. Okay. Es geht nachher alles hoch. Wunderbar, brennt der Turm ab. Das ist so sicher wie... Oh. Super. 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 Das war's für heute. Komm, 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 komm! Salva! Let's see how you like dealing with me! Ich muss mal das rote erwischen, was das rote sein könnte. Ding, 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 ding. Ja, also. Chaos, komm her! Okay, ich mein, so toll war da jetzt auch noch. Aber das war auch ein echt sauberer Schlag, kann man nix sagen. Gut. Blockade. Ah, okay. Ah, okay. Der Algor, den muss man irgendwie wegkriegen. Das gibt's da nicht. Was will denn der? Okay, bei erfolgreiche Durchführung gesagt. Beschneide senden sich jetzt zweimal Blut. Schon mal gut. Ah, nee, das mach ich. Die Beschneide senden sich sehr gut. Okay. Okay. Und jetzt. Ach so. Ja, das ist das. Das ist der Gegenstand wahrscheinlich, den man gebraucht hat. Das war's schon. Kann ich wieder zurückkehren? Okay, das war jetzt aber auch. Ja, kürzer. Babi, babi. Oh. Ah. 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 Okay, ne, 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 sonst gibt es da nämlich gar nichts, also raus, bin ich immer gespannt. Da, da, da. Hm. Hm. Hey. Oh Mann ey, dann kriegt ihr nochmal auf den Sack kein Problem. Hm hm. Scheiße. Hm hm. Scheiße. Oh Mann, wir haben gewonnen. Oh Mann, wir haben gewonnen. Oh Mann, wir haben gewonnen. Okay. Zur Spitze des Turms. Benutze den Schlüssel. Begib dich zur Spitze des Turms. Okay. Hab ich ja wohl nicht ganz geschafft. Und so wieder rein. Ah. Ich verstehe. Okay. Ja, 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 ja. Okay. Ah. Ah. Ja, dann machen wir hier den... Genau jetzt. Jetzt passt das. Gut. Hm? Jetzt verstehe ich auch, was er gemeint hat mit... Oh mein Gott, mit Türrätseln. Ja, 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 ja. Oh Christ, what a pickle! Oh, wow. Come on, new kid. Let's show them what we can do. Feel my righteous fury. Hey! Ouh! Hmhmhm. Mayhide. Oh yeah, ich probier's grad Ding. Na ja, oh man, ich krieg die coolen Angriffe ausdenken. Oh fuck. Jawohl, zauber. Das war gut, das war gut. Und jetzt... Das ist geil ey. Gut, nein, 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 die sind weg jetzt. Jawohl, und jetzt... Bats, und erledigt. Oh, die waren nicht so schwierig. Ging jetzt. Okay, hab hier irgendwas verpasst. Ne, oder? Hab alles mitgenommen. Okay, aber dann... Los. Ähm... Okay. Kriegen wir jetzt den... Kriegen wir jetzt... Den Schlüssel für den Schatz. Scheiße. Nicht gut getroffen. Nein, 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 nein. Hoffentlich haben die jetzt den Schlüssel dabei. Ne, irgendwie haben die den Schlüssel nicht dabei. Scheiße. Wo ist der Schlüssel für den Kongolen, Schatz? Die, scheiße! Die, scheiße! Die, scheiße! Die, scheiße! Mmmh, mmmh. Mr. Kim, mein Freund. Sehr gut. Na. Mongolenbogen, okay. Streit gegen Rüstung, Streit gegen Schilde, zerbrochene Flasche. Ne, das ist schon gut. Das ist schon okay, ja, ja, ja. Trotzdem fehlt mir immer noch der Schlüssel für den mongolischen Schatz. Wo könnte das sein? Wo könnte der Schlüssel zum mongolischen Schatz sein? Aber ich glaube hier drin, ich habe gerade das abgesucht, eher weniger. Naja, okay. Jedenfalls... Wollen wir uns darum. In der nächsten Folge. Okay. Okay. Oh. Oh. Die Absturzstille. Nein. Einmal außenrum. Hey. Was ist denn? Und da... Andere sind die Flasche. Oh. Und es ist willkommen Strategicые Flasche. Und es gibt keine Flasche. Und es gibt keine Flasche. Und es gibt keine Flasche. Das war die Speicherstelle, nächstes Mal geht es weiter, bis dahin macht es gut und ciao.